Ihnen natürlich, zusammen mit Ricard da hinten, mit dem Stahl. Cool. Das ist ein Österreicher. Das ist ein Österreicher. Das ist aber ganz toll. Das ist schön. Man hört so richtig, was Sie besprechen. Ich sage herzlichen Dank, dass ich da dabei sein darf. Das ist ein sehr schöner Platz. Ja, Wahnsinn. Das ist ein mystischer Ort. Absolut.